Guten Morgen. Ich bin seit um 5 Uhr. Wünsche auf Achse. Machen wir jetzt mal eine kurze Pause und genießen einfach nur die Ruhe und die Natur. Die findet man zur Zeit überall. Das ist ein Reischisch da. Ja, das sind die Hörn und Lennsee. Einmal frei. Der ersten Blaubeer, die kommen auch schon. Einmal frei. Kann man essen, wunderbar. Genauso wie die roten hier. Die kann man auch essen. Wunderbar lecker süß. Hier noch einen kleinen Steinpilz. Wunderbar. Hier haben wir noch drei auf einen Streich. Also Bild zu suchen ist ja eine Leichtigkeit. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Was noches. Ich habe die B Epis goat hier.